es ist schön der zieht sich am eigenen shop wieder raus und deutlicher vorsprung so jetzt kommt jetzt kommt kassel kassel der die tournee der die tournee knapp verloren hat der dich oder euch auf deinem hausberg geschlagen hat ja unverzeihlich eigentlich hat er vorher gar nicht gefragt dann müssen wir dann in japan wieder schlagen noriaki kassel ist nur besser nein schmidt bleibt vielleicht von 124 in halb so langsam aber sicher 122,5 22 kassel führt zusammen so jetzt alex der kommt in diesen club der etablierten wie ein fremdgänger oder der hat jetzt auf der schanzen bei jedem training in der quale im probedurchgang märschen durchgang immer gute weiten erzielt und ich glaube er schafft er jetzt